Aber das darf nicht brennen. Ghost Crafter und Mr. Walking. Ghost Crafter. Hallo. Pass auf! Boah, Till, ey. Ich hatte auch Glück gehabt. Und dir krieg ich noch nen Herzkasper bei. Entschuldigung, glaubst du ich mach das mit 80? Ja, klar. Ja. So, ey. Und wie gesagt, wir lassen die eine halbe Minute da hinrennen. Also, hat einer von euch jetzt was zu essen? Nein. Ich hab jetzt ein Steak. Alter, bei uns ist grad wieder einer gestorben, das kann doch nicht wahr sein. Oh, guck dir mal da hinten die Gegner an. Komm. Hier. Boah, Alter. Ich wär... Wenn man sich hier Pork... Äh, wenn man hier sich Beef macht. Warum? Was ist damit? Ey, sieh dir mal an, was die denn für ne Festung bauen. Ja, die wollen sich hier rüber bauen. Ja? Halt schon mal hier hinten so ein See... Halt hier hinten schon mal so nen Notausgang bereit, dass man hier jederzeit runter kann. Hä? Wir können einfach da runter springen, Till. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Ihr, äh, wir können die Decke nicht so hoch bauen wie ihr. Das hier grad vor. Geh mal da weg. Kann man da wirklich runter springen, ohne dass man stirbt? Ja, geht. Da muss man aber genau umspringen. Wer geht da weg? So, erst mal anklopfen hier, gell? Wir haben nicht genug Kobbelstone, ne? Ihr müsst auch ein bisschen mit Hilfe abbauen. Ja, ich hab' ich hab' Kobbelstone, hier. Da. Aber wir sollten uns auch hier sind keine Aussichtsplattform machen. Ja, macht man. mal anklopfen. Hat jemand noch Kobbelstone? Ich hab' jetzt keinem. Guck mal, da unten betteln die sich. Also, eigentlich wär das... Ja, die Bauern sind unten. Get the Diamonds. Get the Diamonds. Cray. Was soll das jetzt bringen? Da ist ne Kuh. Da ist ne Kuh. Da ist ne Kuh. Ja, springen runter und töte sie. Habt ihr Fleisch? Ja, ich hab' ein, äh, Beef. Ein Beef, ich hab' gar nichts. Ja, soll ich das holen gehen? So, wir haben jetzt kein anderes Material. Da geht jetzt einer mit mir mit, weil allein geh' ich da bestimmt nicht runter. Ich geh' allein. So, ich geh' jetzt runter, gell? Wer kommt mit mir? Keiner. Ich? Ich muss ja noch hier bauen. Warte, wir sterben da beide, wenn wir da... Wo sind die Kuh? Sag mal genau. Guck mal, die haben schon den Baum umgefackelt. Ich töte die Kuh. Da unten ist auch ein Schwein! Ja, tö... alles töten! Hier, ich glaub' ich geh' jetzt echt mal da runter. Da ist auch kein Feind, Moment. Kann ich da einfach runterspringen, ohne zu sterben? Ja, einfach ins Wasser rein. So, ich hab' mir jetzt hier so'n, so'n kleinen Rundgang gebastelt. Sag mal, wenn Feinde kommt, du bist doch auf dem Punkt. Da ist einer, ich hau' ab. Hau' ab! Scheiße. Also, ich geh' wieder hoch. Ja! Scheiße. Fuck the Police. Ey, da hinten ist noch ein Schwein bei nem Gegner. Alter, die brennen den Baum. So, der Kampf hat begonnen, die ersten wurden schon umgebracht. Genau. Aber jetzt hat man bei mir leider nicht gesehen, wie die Wände runtergegangen sind. Und das sieht eigentlich gar nicht so spektakulär aus, die Ploppen einfach nur weg. Das ist einfach nur plopp, schon nix ist mehr da. Da hinten die Bars, die Bauern nicht drüber, gell? Seid ihr das? Ja. Äh, wartet mal ganz kurz auf mich. Oh, der, 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 der Baum, der, der Baum brennt, den hat jemand angezündet. Ja, mh. Wie viel hast du das tun? Ja. Ich bin mal in einer sieben Minute mit vier da. Oh, meinst bei dich. Hat jemand ein Kolben? Wieso? Ich kann das doch mit Wasser so wegmachen. So, guck. Okay, ich hab, ich hab das Wasser jetzt grad mal gestoppt, gell? So, jetzt hau ich erstmal die Schweine-Steaks. Das ist gut. Herr Louis, der Baum soll wenn dann schon abbrennen. Wie viel hast du die Schweine-Steaks? Ich hab zwei, ich hab jetzt so zwei, äh, Beefs. Also ich hab jetzt drei Uhr reingelegt, also das müsste erstmal von der Zeit lang ausreichen. Äh, okay. Also wir warten jetzt erstmal für die Gegner. Hier das ist zwar ne feige Taktik, aber warum sollen wir uns schon selbst töten? Ja, das stimmt. Ne, nicht wie beim letzten Mal, wo wir ins offene Messer gelaufen sind. Ja, aber das Blöde ist jetzt, also ich find das jetzt echt ein bisschen doof. Guck mal, da unten bauen die sich schon was ab. Wenn wir die jetzt erwischen würden. Und außerdem, wir halten immer aus Schroderfutter. Da unten sind jetzt zwei böse. Drei böse. Ah, die battlen sich jetzt gegenseitig. Ist gut, aber der hat nen Diaschwert, der stirbt nicht. Die müssen den Bogen nehmen. Diaschwert? Können wir das nehmen? Wir können das Diaschwert nicht nehmen. Oh, guck mal, was da unsere Nachbarn machen. Ja, haben die Bogen nicht, gell? Juhu. Können wir denen mal so winken. Ist einer. Komm mal da oben bauen. Wir bräuchten jetzt wirklich so die... Dann alles brennt. Juhu. Was? Ob ich für dich als Kind hab? Ich hab voll viel Kies, ne? Äh, kein... Ne, hast du nicht. Mein Gott, das Feuer, das soll endlich mal den Baum da in 1000 Teile zerbrennt. Ah, das geht nicht. Doch, das Feuer brennt sich so langsam nach oben durch und dann wusch. Boah. Da ist ja Wasser im Bau. Deine Mutter. Ah, ich weiß, was das oben für ein Typ ist, der will da rüber jetzt Lava machen. Könnt ihr gleich mal sehen, wenn der Kevin da drauf fällt. Ah, ich seh's auch. Der baut sich jetzt da rüber und dann Lava und dann sind die platt. Ja, ja. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass sich grad keiner von hinten bei uns sieht. Ja, genau, das müsst ihr machen. Geben aus dem Bild. Also... Ja, obwohl wir sind ja relativ sicher, wir können nur von da oder von da... Oh, oh. Boah. Der macht den jetzt Kami-Karze. Der kann Lava. Ich rufe hier einer an, aber ich geh jetzt mal nicht dran. Nein. Ganz bestimmt. Hast du dich nicht? Nein, ich kann jetzt hier nicht drangehen. Der Baum ist. Alter, wie du bei mir leckst, Marius, man hört kein Wort von dir. Echt? Echt. Ja, jetzt geht's gerade. Ey, der versteht's nicht, dass ich nicht drangehe, oder? Ah! Der versteht's nicht, dass ich nicht drangehe. Ich darf mir noch grad mal hier so'n Schnitzel gönnen, oder? Nö. Das ist ein... 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 Alter! Warte, geh wieder aus der Konfi raus, Max! Ich nehm gerade auf! Mein Gott, wieso stellt sie dich bei Skype auch nicht auf, äh... beschäftigt? Ich bin halt nicht so'n perfekter Typ wie du. Es ist so. Bibi! Alter, geh bitte aus der Konfi raus, wir nehmen echt auf! So. Ich bin mal gespannt. Bibi! Alter, kann den einer mal aus der Konfi entfernen? Ey, weißt du überhaupt, wer das ist? Ah, das ist der Basti! Von Mr. Tool LP! Ich dachte schon, du wärst ein anderer. Ey, da unten ist der Enchantment-Tisch! Da unten ist der Enchantment-Tisch! Wo? Da unten. Das... Okay, jetzt haben wir noch einen Gast-Kommentar mit dazu bekommen. Ja, ja. Der kann uns Tipps geben, mit dem hab ich das auch schon alle Tag gemacht. Oh, ja! Ja, wieso? Was zockt ihr denn gerade? Äh, im Übrigen, ich geh jetzt mal hier runter. Äh, und geh mir was Enchanten, gell? Ich hab drei Level. Oh, viel Spaß dabei! Kommt einer mit mir mit? Nö. Ne, ich muss jetzt leider gehen. Oh. Oh, der Baum brennt, der Baum brennt! Endlich, endlich! Und der ist jetzt in zwei Minuten weg. Oh! Hä, ich hab zweimal Damage gekriegt! Ich hab's auf Kamera! Ich hab's, ich hab's, ich hab's gefilmt! Ja, liebe Zuschauer, tut mir jetzt wirklich leid, äh... Aber... Das war jetzt Psycho, also wenn ihr das seht... Du bist ein jämmerlicher Idiot!